. Mein Name ist Isabelle Lachez. Ich heiße Juli Engel. Mein Name ist Alexander Pérez. Hi. Mein Name ist Sophie Gonobl. Ich heiße Dunja. Mein Name ist Herr Raufgant dabei. Ich versuche immer wieder meine Leute herauszufordern. Zu schauen, was muss stabil bleiben und wo können wir uns schon bewegen. Die Diversität, die wir als Team haben, kann uns die richtige Basis geben, um wirklich gute Services und Produkte in die Zukunft zu bringen. Mit beiden Beinen auf dem Boden hebt man besser ab. Wenn jemand Neues auch kommt, ist es gut, dass frischer Wind kommt und auch neue Meinungen. Neugier, Erfahrung ist eigentlich ein guter Mix. Neues entsteht als Erfahrung. Und Spieltrip. Wir haben auch Social Dates. Es ist eine lange Tradition bei uns. Es ist wie für einen Tag, die Mitarbeiter unterstützt, um etwas für die Umwelt zu machen. Mitfällt mir der Kontakt mit den Kunden. Jetzt habe ich sehr gerne die Interaktionen. Je länger man zusammen arbeitet, desto mehr ist man ein Spielspielsteam. Du hast Technik, du hast Computer. Aber eben der Mensch, die sozialen Interaktionen, die gehören einem noch zusammen. Wer besser zulässt? Ich kann mehr gewinnen.